Hey, meine Ritterfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Spielevorstellung. Es befindet sich nämlich momentan noch in der Entwicklung und es kam jetzt eine Demo davon raus und das Spiel heißt Becastled. Bin echt mal gespannt, was es kann. Das Spiel gibt es nur auf Englisch und auf Polsky. Ich weiß nicht genau, ich denke es ist Polsky. Also ja, ich würde sagen, ich labere nicht viel rum. Das Spiel gibt es auf Steam. Normal und Easy, ich würde sagen, machen wir mal Normal. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Wir können jetzt hier so ein kleines Dörfchen aufbauen. Da hinten sind noch ein paar Wölfe. Das erinnert mich alles ein bisschen was an Northgard. Lol, da ist ja jemand. Hey, der hat ja gar kein Gesicht. What the fuck? Der hat ja wie schnell er baut. Okay, Tag 1. Unsere Motivation ist schon direkt für den Arsch. Oh, jetzt ist er gestiegen. Okay. Wie er ist, können wir unsere Kamera umrufen. Könnte eigentlich auch so ein kleines, äh, 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 Siedler sein. Für die, die es nicht kennen. Oder, äh, die, die es kennen, so. Okay, wir müssen, wir brauchen, wir brauchen ein Kinders. So, wir brauchen ein Haus. Ein Haus können wir auch nicht außerhalb bauen. Okay. Jetzt zimmere ich das mal da hin. Ich glaube, in vier Minuten werden wir angegriffen, oder? Das ist halt irgendwie so ein Spiel. Dann musst du halt eine Verteidigung aufbauen, und irgendwann kommen die Feinde. Und wollen die richtig halt wegklatschen. Na hier. What the fuck, warum kann ich das nicht da... Ah, okay. Das müssen wir da hinnehmen, ich verstehe. So, jetzt machen wir die Schäfchen da hin. Aber dann machen wir die mal hier in die Ecke, oder so. Da können wir ja noch mehr hinbauen. Da unten kommt bestimmt noch ein Holzfäller hin. So, und hier holen wir dann noch... Ich würde sagen, wir bauen noch ein zweites Haus. Wir brauchen nämlich Leute. Menschen sind das Arme hier. Ich glaube, die sind auch irgendwie ein bisschen was zurückgeblieben. Das ist eigentlich ganz cool. Könnt ihr gerne in meine Kommentare schreiben. Natürlich, falls ihr auch neu seid, könnt ihr gerne abonnieren, um mich zu unterstützen. Leute, wir können hier sogar so ein Ding hinstellen. Oh. Leute, beim Einheiten. General Rebox. Mein Gott, die Nacht ist gekommen. Das bedeutet, die Moon und die Monster. Was? Die Moon-Monster? Das will attack uns. Okay. Okay, okay, okay. Kann man hier auch allesamt auswählen? Jo. Ja, moin. Das sind ja bestimmt die Wölfe hier, oder? Ja, in einer Minute geht's rund. Dann werden wir gefickt. Ich kann mir einfach gar nichts leisten. Ich kann mir absolut nichts leisten. Ja, komm, Jungen. Achso, wir können nur zwei. Wollen wir denn 200 für eine Windmühle? Ja. Der Hunterhut, das klingt eigentlich ganz fein. Wenn die hier oben in die Ecke klatschen, kann er die hier schon jagen. So. Bleiben sie noch 30 Sekunden. Ich klatsche alle weg. Du bist richtig motiviert. Komm, eigentlich immer nach dir viele Gebäude auf einem Fleck bauen. Weil die steht ja auch nur drum. Oh, die Nacht kommt. Voll egal, lieber, ja. Okay, mal das. Da kommen sie. Attacke. Knüppelt sie weg. Jungs. Fight. Jawohl. Die können nichts. Richtig schlecht. So, noch welche. Dann kommen sie wieder raus. Dann machen wir eine schnelle Nacht. Excellent. We made it through the night, my lord. But for protection you need to train more warriors. Okay, wir brauchen eine Baracke. Oh, Leute. Jetzt können wir so ein Gate und ein Fenster und ein Tower bauen. Und, und, und. So. Aber dafür brauchen wir, glaube ich, für alles Holz. Ich würde sagen. Ich zimmere hier noch mal eine Holzhütte hin. So. Und wir brauchen einen Bauern. Immer noch zwei beschäftigt, ne? Ja. Warte mal, bevor du irgendwas machst. Klitsch dir noch so ein Haus hin. So, damit wir hier mal ein paar Bewohner hier reinzimmern. Wir können sogar einen Busch hier reinzimmern. Ein Busch kostet 20 Holz. Was ist das? Okay, vorbei. Das macht vielleicht Sinn. Das macht vielleicht Sinn. So, jetzt gehst du da hin. So, neue Workers. Nice. Jetzt geht's hier rund. Bleib da. Da kommt er raus. Ich kann eigentlich direkt mit Holz hacken. Und jetzt lauf nicht weg. Sollt ihr arbeiten. So, wie machen wir das am besten? Am besten irgendwo hin. Bummestein. Wir brauchen nur Holz, ne? Hier ist natürlich krass viel Holz. Aber ich würde sagen, wir captionen erstmal das hier. Was auch immer Sunstone ist. 300 kostet das. Kacke. So viel Kohle habe ich gar nicht. So, macht das Sinn, dass sie hinsitzen hier? Stimmt, ne? Ja, ja. Macht schon Sinn. Ich meine, es ist ja schon mal ganz gut, dass wir hier Nahrung produzieren. Verrücken wir halt nicht sofort. Das kann ich nämlich auch sehr gut. 450? What? Build a wall, build a tower. Okay. Puh. Ich würde sagen, das ist verdammt teuer, ehrlich gesagt. Aber gut. Ich werde es versuchen. Dafür brauche ich aber Taverne, Junge. Können sich alle besaufen. Jetzt haben wir immerhin elf Leute. Das Haus kostet einfach mal 140 Tacken, Alter. Das ist schon ein teures Holz. Von den drei Minuten wird schon wieder Nacht. Leckt mir doch die Schuhsülle. Decorations. Guck mal, kann mir die Leute erschrecken. Ja, buh. Du da. So, okay. Ähm. Brauchen wir direkt einen Tower? Pass auf, wir machen das Tor. Ne, das Tor können wir wahrscheinlich erst in die Wand rein machen. Ne, was ist das denn hier? Wood Wall, Fence. Ne, wir machen erstmal nur einen Fence. Kannst du mir so viel leisten? Das Gefühl, ich kann mir so viel gar nicht leisten. Oh, Junge, der ist richtig schnell unterwegs. Alter, ja moin. Achso, da arbeitet ja keiner. Kacke. Ja, komm, Junge. Du bist kein Farmer mehr. Du bist jetzt... ...un Schütze. So läuft der Ase. Okay, das ging erstaunlich schnell. Was ist das? Ach, das kostet 300 Tacken? Okay, das ist krass. So, wir stellen euch mal da rüber. Ach, die werden dann mal ausgebildet, oder was? So. Das ist teuer. Das ist richtig teuer hier. Das kostet viel. Scheiße. Wir können uns nichts mehr leisten. Nein, ich bin pleite. Ich bin eine arme Socke. Und gleich ist auch schon wieder Nacht. 225. Ich kann mir so ein kleines Stück leisten. Macht es Sinn, das hier einzunehmen? Eigentlich nicht, ne? Hm. Schwierig. Ich würde sagen, in der weißen Sekunde kann ich nichts mehr machen. Vielleicht kriegst du ja nach hinten so ein Tower ins Zimmer. Oh, das wird eng. Oh, das wird eng. Oh, das wird eng. Oh, das wird ziemlich eng. Komm, Jun. Bau. Bau, was das Zeug gilt. 7, 6, 5, 4, 3. Scheiße. Nein, das wird nichts, oder? Der verpisst sich doch. Der baut jetzt so safe nicht nachts zu Ende, oder? Ja. Ernsthaft? Jetzt habe ich hier einen halben Tower rumstehen? Es wird im Ronnen herrem원. Verlust sich nicht nachts. 2, 5, 5, 6, 5? 1, were. ...